Juni und Junges, willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft Mark, immer noch mit dem N-I-Doppel-Z-I. Ich hab Angst. Du hast Angst? Was ist denn los bei dir? Ich hab Angst. Ich wollte mich gerade einloggen, aber ich bin fast gestorben. Irgendwas greift mich an. Es tut so weh, Dena. Ich hab fast gar keine Herzen mehr. Du musst mir helfen. Ja. Was soll ich denn machen? Ich war bei Paluten hinten, wo diese ganzen Gläser sind und dieses komische Orakel-Ding da und so. Und da ist irgendwas, das zerstört mein Leben. Ich glaube, es ist eine Spinne. Ich hab Angst vor Spinnen, Dena. Hilf mir bitte. Ja, da ist eine kleine Spinne, soll ich mich hüten? Ja, bitte. Aber ich weiß, die war ein bisschen weiter zur Seite weg. Jetzt kann ich mich einloggen. Bist du dann in der Nähe? Ja, ich bin in der Nähe. Log dich ein, ich beschütze dich. Okay, ich bin jetzt jeden Moment da. Okay. Ich hab aber Angst. Ich hab fast kein Leben mehr, Dena. Wo bist du? Wo bist du? Ada. Hinten. Ja, alles safe. Siehst du mich? Ja, ich bin bei dir. Alles safe. Okay. Oh, Gewitter. Ich hab Angst. Aua! Ich werd wieder gehittet. Du warst das, du Arsch! Mann, ich hab mich voll erschrocken. Oh Mann. So. Wir müssen uns zusammenreißen, mein Lieber. Wir haben es jetzt so halbwegs geschafft. Wir haben ein paar Bienen am Start. Und wie bekomm ich jetzt meine Bienen? Guten Morgen, Herr Villager. Wie bekommst du deine Bienen? Wie bekomm ich meine Bienen aus dem Backpack in den Apiaris-Anderes-Ding rein? Das ist schon ein bisschen die Frage. Das klingt nach einer seltsamen Frage. Ich hab meine Bienen ja in diesem Backpack. Ich muss wahrscheinlich einzeln hier rausholen, um die reinzutun hier. Denk ich halt auch, ne? Na gut, tu ich sie alle hier rein. Das ist alles nicht so gut gelöst, aber es ist okay. Hey, man kann nicht... Das geht doch voll. Hä? Kann man nicht auch irgendwie was mit Leertaste schneller machen oder so? Kann sein. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall verschiedene... Ähm... Verschiede drin. Wir haben sieben Queens, zwei Princesses und zwei Drohnen. Hä? Wieso haben wir denn so viele Queens hier? Weiß ich nicht. Die haben wir letztes Mal schon gekreuzt oder so, oder? Ja, aber wo siehst du irgendwelche Queens? Weil ich sehe gar keine Queens hier gerade. Ich sehe immer nur Princesses. Diese Zahl kann nicht sein, weil es steht zwei Princesses und zwei Drones. Das kann nicht ganz sein hier. Ich kann gar nicht schlafen. Ich weiß nicht. Ich lade mal gerade mein Jetpack auf und dann komme ich eben so hoch. Mein Jetpack ist aufgeladen, ich komme hoch. Die sind nämlich alle noch gar nicht erforscht, die haben sie mir hier drin. Hallo. Ja, da sind überall ganz viele Fragezeichen. Wir brauchen ja noch den Analyzer, damit wir genau wissen, was abgeht eigentlich. Ja, ja, eigentlich brauchen wir noch einen Analyzer. Aber ich gucke mal, wie kompliziert das ist, weil entweder bauen wir dann schon sofort oder wir warten noch damit ab und fangen uns erstmal an ein bisschen zu kreuzen. Der Analyzer, der ist aber relativ easy, glaube ich. Ach, der braucht nur einen Be-Alyzer und einen Sturdy Casing. Und Bronze und Sturdy Casing ist einfach nur aus Bronze. Ich baue den schnell. Weißt du, was? Weißt du, was? Ich mache das einfach. Und ich schaue dann schon mal, was für Kreuzungen wir eigentlich brauchen. Ach, Kass. Genau, wir müssen eigentlich nur diese common Dinger einfach nur miteinander machen. Die Queenbees passen gar nicht rein in die Kiste da, ne? Ach so, die kann man da nicht reintun? Oder wieso passen die nicht? Die passen nicht in unser Perius-Chester, Apiari-Chester, da passen die nicht rein. Ah, weil vielleicht die Queens sind auch immer groß, weißt du? Ja, die sind halt auch von anderen Dings hier. Die sind ja von Palms Harvestcraft. Ach so, ja, die eine Queen. Ja klar, die nicht. Aber diese normalen Queens passen da ja wohl rein, oder nicht? Ansonsten passen da Drohnen, Drohnen, Princes, Princes. Ich habe noch keine Queen hier drin gesehen, aber... Ja, weil wir die Queens nie da rausgenommen haben. Die Queens müssen ja auch eigentlich benutzt man ja direkt. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie King of Queens. Ja, aber da hast du ja gar keine Queens drin. Du bist Queen of Princesses und Drohns vielleicht. Aber sonst bist du ja nix. Sonst bist du gar nix. Okay, also wir brauchen halt... Unsere Grundbasis ist ja jetzt erst mal Common Bees zu bekommen. Wenn ich jetzt hier unten auf E klicke und da Common eingebe, ich kann das gar nicht durchsuchen, ne? Ich kann diese Kiste gar nicht durchsuchen so richtig. Wenn ich jetzt hier Common Gelb mache und jetzt hier rausgehe und da reingucke, das wird mir gar nicht... Oder wir haben noch gar keine Common Bees, ne? Das heißt, wir müssen jetzt... Die Common Bees haben wir noch nicht. Die Common Bees sozusagen... Also nochmal, um auch für die Zuschauer zum Verständnis. Wir müssen jetzt unsere Bienen weiterzüchten, weil wir haben jetzt sozusagen diese ganzen natürlichen Bienen. Die können ein bisschen Honig machen, sind nicht sonderlich effektiv und so weiter. Aber wir kreuzen jetzt und die besten Eigenschaften packen wir miteinander zusammen. Also wie ein Biologieunterricht. Und die erste Biene, die wir als nächstes zuechten, ist die Common Bees. Genau. Und hier, ich hab den Beelizer da, äh, den Analyzer, mein ich? Mein ich? Mein ich? Ich mein den. Ich glaub, ich mein das. So, ich hab jetzt ganz viele Mido-Drones und Mido-Bees hier rausgeholt. Und die müssen wir jetzt mit dem... Du kannst mir mal in den Beelizer reintun. Tu mal in den Beelizer erstmal rein. Wo ist der Beelizer? Da steht in der Ecke da hinten. Das ist ja schön, dass der da so in der Ecke steht. Äh, so. Einfach da hintun. Der analysiert das automatisch. Ich glaub, der braucht noch ein bisschen Honig oder so. I think it needs honey. Äh, hast du ein bisschen Honig da am Start? Vielleicht müssen wir erst Honig in die Zentrifuge tun. Honig willst du erstmal... Wo ist die Zentrifuge überhaupt hier? Ja. Ich hab ein bisschen Honig reingetan. Ach so. Da kommt jetzt gleich was raus. Ich hab noch mehr Honig reingetan. Ist das ein Fehler? Nö, wir brauchen das alles. Okay, dann pack ich's rein. So, ein bisschen Honig reingetan hier. Honig. Ne. Du musst ja um den Bier leisen, damit der funktioniert. Muss man noch eine zweite Biene reintun, oder nicht? Ne, eigentlich muss man noch eine Biene da reintun. Ich dachte, der analysiert, wenn man jetzt die kreuzt, was dann rauskommt. So, quasi. Irgendwo muss man noch Honig hier reintun. Missing Resources. Ach so, warte. Der braucht eine Biene. Braucht der? Forest. Aber der sagt trotzdem Missing Resources. Hä? Die Kamer, die geht hier automatisch durch? Oder braucht der irgendwas? Der braucht Honig. Ach so, der braucht flüssigen Honig. Das war's. Der braucht flüssigen Honig. Ach so. Das heißt, flüssigen Honig müssen wir wieder aus der... Aus dem Squeezer müssen wir den rausholen. Hä? Forest Bees ist total egal, glaub... Ah, ne, da ist ne Forest Drone. Ach, Forest, da wird mir alles hell angezeigt, weil es alles aus dem Forest Pack sind. Und deswegen werden mir alle Bienen angezeigt, wenn ich Forest unten reinschreibe. Jetzt verstehe ich's. So, dann müssen wir Honig einfach in den Squeezer, glaub ich, reintun. Ich hätte jetzt auf jeden Fall die Kombination aus den, äh, Forest Drones und den Midos. Also, das ist so die erste Kombi, die wir eigentlich brauchen, um dann hoffentlich Common Bees rauszubekommen. Mhm. Soll ich das machen jetzt, oder packen wir das erst in den Analyzer? Ich würd's erstmal kurz in den Analyzer gerne reinpacken, weil wir wissen, wie wir sind... Also, wenn ihr z.B. über die Medo-Drone steht jetzt schon, äh, wenn du halt Shift drückst, ist schon Shot Alive, Closed Worker und sowas. Das ist wichtig, dass wir's brauchen und da steht, dass die Flowers brauchen. Das ist super wichtig, dass wir alle da einmal, die wir haben, sozusagen dann mal so durchschicken. Und da brauchen wir ein bisschen Honig. Du musst Honig in den Squeezer reintun. Aber das ist, äh, aus der Zentrifuge jetzt hier rein in den Squeezer. So. Und das Ding wird jetzt gesqueezed. Und das gesqueezte geht jetzt hier rein in den Analyzer. Und sobald es da drin ist, werden die Dinger hier analysiert. Ah, da könnten wir mal kurz gleich Honig rein, dann werden die ja rübergeschifft. Weil grad sagt, der Missing Resources, aber... Guck mal, ich hab jetzt, ich hab jetzt hier ne Medo-Drone, ne Medo-Princess drin und ne Forest-Princess. Okay, das macht keinen Sinn. Dann mach ich ne Forest-Drone jetzt hier noch so rein, ne? So. Hä, nein, du musst nicht verschiedene rein tun. Der analysiert einzelne. Aber was bringt mir das, wenn der die analysiert? Dass wir irgendwas wissen über, dass wir über die wissen, was die sozusagen... Aber die müssen sich einfach nur paaren und da müssen Common Bees rauskommen. Ja, das ist unabhängig voneinander. Okay. Aus irgendeinem Grund bekommen wir grad nicht den Honig rein. Du stehst vielleicht auf der Leitung, kann das sein? Ich glaub, du stehst auf dem Schlauch, oder? Aber irgendwie, weil hier, guck mal, hä? Hier ist der Honig drin und grad eben hat das funktioniert und ich hab eigentlich nichts geändert. Ist das hier richtig mit dem Pumpen, dass das eine ein Ausgang ist und das andere ein Eingang und so? Warte. So, zack. Geh das jetzt rüber, der Honig? Ne. Vielleicht, warte, hier, das ist ein Extract und das hier ist ein... Insert. Ach so, warte, ist das vielleicht das... Ne, das ist eigentlich ein Fluid-Ding. Hä, warum geht der Honig hier nicht so so? Ist das an der Seite denn überhaupt ein Eingang bei dem Analyzer vorne? Ja, das hat grad eben auch funktioniert. Der hat auch Honig bekommen. Glaub ich. Glaub, der hat grad Honig bekommen. Aber irgendwie benutzt er den Honig nicht. Also eigentlich kann man ja wohl... Ich wüsste nicht, wo der sonst denn den... Von der Seite bekommt man doch normalerweise den, das rein. Ach, Leute, wissen's nicht. Schreis war reingekommen und da vielleicht checken wir's dann. Äh, wir machen erstmal weiter damit, dass wir die Bienen hier vermehren. Genau, guck mal. Ich bin jetzt hier bei dem Apiari und ich hab jetzt oben schon ne Mido Princess drin. Da muss ich ne Drohne rein. Genau, und jetzt kommt hoffentlich ne Common Bee raus. Die brauchen wir nämlich, um weiterzukommen. Und jetzt ist gar nichts passiert. Ist ne Mido Queen. Ist ne ganz normale Mido Queen. Ja, die kannst du nicht, weil du brauchst jetzt ne neue Princess brauchst jetzt. Jetzt brauchen wir ne neue Princess. Warte, ich hab ne Princess reingetan. Ich auch schon. Okay, jetzt können sich wieder... Die paaren sich immer. Das ist jetzt das Liebespiel, was da der Balken zeigt. Jetzt schon wieder ne Mido Queen. Ja, wir brauchen das wieder neu. Jetzt eine Forest Princess und jetzt brauchen wir eine Mido-Drohne, genau. Und... Hä, warum, Dena? Weiß ich nicht. Drohne. Princess. Du, ne andere ist schon mal ne... Tu ich schon mal die hier rein, eine von denen. Ey, das gibt keine. Es kommen immer Queens raus. Was ist denn, wenn ich jetzt ne Queen nehme? Jetzt hab ich noch nicht mal... Wir haben noch nicht mal mehr ne Drohne jetzt. Doch, haben wir noch. Ne Queen und ne Drohne, die machen nichts miteinander. Es kann auch sein, dass erst die Nachkommen das sozusagen sind. Aber ich glaub auch nicht. Aber sowieso, die Mido-Dinger, die haben hier ne Hostile Environment, sagt er hier. Das heißt, die können gar nicht funktionieren in diesem Biom. Aber wieso nicht? Ich dachte, die Midos sind sozusagen... Was brauchen die denn? Das ist eigentlich wieder ein Punkt, die muss man jetzt eigentlich untersuchen. Die Midos in der, ähm... Aber ich kann ne Mido reintun und ich kann ne Forest reintun und es wird nicht rot. Es wird eigentlich alles positiv angezeigt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß schon, was du oben ungefähr meinst eigentlich, ja. Warum kommt der Honig hier nicht raus? Es eskaliert alles. Ich versteh es nicht. Hast du noch Honigwaben? Ne, das sollte auch nicht funktionieren. Da hab ich. Wohin denn? Ob man, wenn man da oben nochmal ne neue Honigwabe reintut, ob das dann besser, ob das dann würdest du sagen, dieser Punkt... In die Zentrifuge hab ich jetzt nochmal Honigwaben reingetan. Genau, ja, ja. Und dann tue ich da einen Honigdopter rauskommen, weil dieses... Das kann nicht sein, dass es aus dem Squeezer nicht rauskommt. Oder muss ich da extra etwa den Fluid-Tank erst nochmal reintun? Das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Das ist nochmal ein Honig. Hier ist der Fluid-Tank. So heißt der Honig hier drin, den Fluid-Tank, ne? Ja. Aber wieso geht der denn noch nicht weiter in den Analyzer? Warte, geh mal da weg, sonst kann ich das nicht sehen, leider. Der muss ja irgendwie... Das unter dem Analyzer, da unten, siehst du die untere... Den Boden vom Analyzer? Ja. Der hat so einen Anschluss da unten. Aber die Seiten nicht. Also der Honig da ran, wirst du? Es sieht halt so aus. Der hat an der Seite, glaube ich, einen Anschluss und unten, aber nicht da, wo du versuchst, da was reinzupacken. Hm. Oh. Das ist meine Decke, die wir hier gerade abbauen. Aber ich hab... Sorry. Siehst du das? Die Anschlüsse sind so... so unten und an der Seite und so. Aber nicht da, wo wir versuchen, das da reinzupacken. Hm. Aber ich bekomm... Wie machen wir das denn nur? Ich verstehe auch nicht, warum ich Meadows und Forrest... Warum kommt da keine Common Bee raus? Ähm, ja, ich glaube, es könnte sein, dass jetzt die Nachkommen das sind. Dann musst du dir jetzt sozusagen, müssen wir jetzt die Nachkommen sozusagen züchten. Aber um das zu machen... Wie die Nachkommen? Ja, wenn die Queen sozusagen die Nachkommen... Guck mal, die beiden Bienen vereinigen sich. Dann sind das diese zusammen... Dann die Tyrone und die Prinzessin vereinigen sich zu der Queen. Ja. Und dann, also, so im Endeffekt, so grob gesagt, eigentlich. Ne, aber auf jeden Fall ist dann der Queen. Und die hat dann sozusagen eine Lifespan und in der Zeit lebt die. Und in der Zeit kommt, macht die ganz viel Nachkommen und so weiter. Und wenn die Lifespan vorbei ist... Wo macht die die Nachkommen? Ja, da drin. Du siehst dann auch Bienen rausfliegen und so. Und sobald die tot ist... Muss ich die jetzt nicht reinsetzen, die Queen? Doch, aber... Genau, tu sie rein. Aber sowieso, weil Nacht ist, wir müssen jetzt mal beide schlafen. Lass mal schnell beide schlafen. Okay, okay. Ja, weil nur am Tag funktioniert das. Aber auch dann wirst du, glaube ich, sehen, dass das halt nur geht... Dass das sagt, es geht nicht, weil es ein hostile Environment ist. Und deswegen müssen wir auch mal gucken, was diese Mido-Bienen... Mido-Bees und dann von Forestry. Was das für... Was die sozusagen brauchen. Requirements, die brauchen normales Klima, normale Humidity. Und eine Flower halt brauchen die. Eine Flower, die haben wir ja gar nicht. Ja, wir wirst ja wohl nur eine Blume haben. Ja, aber die haben wir noch nicht. Deswegen könnte es schon zweifelig funktionieren. Ja, genau, aber die müssen wir nur hier kurz mal hinsetzen. Vielleicht geht das dann ja. Ich suche mal, ob ich noch eine Flower habe. Irgendeine Flower. Ja, habe ich eine Musical Red Flower, die finde ich gut. Ich weiß nicht, ob die geht. Vielleicht brauchen wir so ganz normale. Aber hier zum Beispiel hier vorne ist auch eine Blume. Hier ist auch eine Blume. Hier ist so eine ganz normale Blume. Das ist alles... Ich habe nur Blumen von Botania. Und hier ist so ein kleiner Typ. So, ich habe eine ganz normale Blume. Und zwar eine Myst... Ne, das ist auch so eine Mystica. Aber die setze ich mal hier hin. Aber hier ist eigentlich eine Blume da. Jetzt, der sagt, no flowers. Und der sagt, haust dein Weih mit. Also unsere eine Queen hier... Guck mal, das ist nämlich das Ding. Wir haben zwei Mido Queens. Und die eine sagt Hostile Environment. Und die andere sagt nicht Hostile Environment. Obwohl das Environment ja wohl eigentlich nicht anders ist. Wir sind hier bei River und hier auch bei River. Also eigentlich sind wir beide mal in einem River Biom hier. Und trotzdem sagt die eine, es geht nicht. Und die andere sagt, no flowers. Wir brauchen vielleicht nochmal eine andere Flower, mein Lieber. Sollen wir das Apiari-Ding nicht mehr abreißen? Und das... Ich mache hier dann mal die rote daneben. Der sagt immer noch, no flowers. Not finding the right flowers. Aber was ist denn eine richtige? Ja, einfach nur eine Rose halt natürlich, ne? Und man, die sind aber ganz schön romantisch, die Bienen. Ja, ja, klaro, ne? Sag ich mal. Da ist eine. Nee, das sind auch noch die anderen Rose. Nee, dann dir das ist ja auch scheiße, ne? Halt so eine ganz... Ah, da hinten ist, glaube ich, eine Rose. Ich glaube, ich sehe eine Rose. Guck mal, das ist auch der Punktchen da, weißt du, wenn du eine Rose schenkst. Das ist auch so... Das ist ja nicht nur, dass du die Rose schenkst, sondern das ist die Geste. Und das ist, dass du dir die Zeit genommen hast, die zu suchen, ne? Naja, stimmt schon. In Minecraft halt. Weil das ist halt auch ein aufwendiger Prozess, so eine Rose zu suchen. Warum finde ich denn keine scheiß Rose? Jetzt aber nicht so, ne? Komm ja nicht so. Ich will eine Kack-Rose haben. Und hier ist einfach keine. Sind da hinten Rosen. Ich kann... Wir dürfen zwar... Wir müssen halt die Folge echt nicht überziehen, diesmal. Aber ich kann ohne eine rote Rose... Kann ich hier nicht weggehen. Oder so eine gelbe komische andere Blume. Und das geht auch in Ordnung. Aber es muss halt eine Blume sein vom Original Minecraft. Es geht nicht... Ich hab hier nur diese Mystical Flowers. Ich hab keine roten Rosen. Okay, ich hab das hier gerade hingebaut, aber ich baue das jetzt weg. Wir müssen... Ich baue jetzt hier mal ein Apiari hin, damit das mal irgendwie ein bisschen romantischer aussieht hier gerade. Wir brauchen einfach die Blumen. Die Blumen sind wichtig. Hier ist alle möglichen. Die ganzen Botania-Blumen. Aber ich glaube, Botania-Blumen helfen uns leider gar nicht. Wir brauchen entweder welche von dem selben Mod oder vom Original Minecraft. Und davon gibt's hier einfach keine. Irgendwie finde ich auch... Ich weiß... Ich weiß auch nicht. Jetzt gibt's ja diese komischen roten Mystical Red Flowers. Hm. Vielleicht... Hast du nicht in deinem MME-System irgendwelche Blumen, die man zufällig mal empfunden hat? Keine normalen halt. Das sind auch nur so crazy Blumen. Ich hab hier auch noch eine andere Blume. Eine von Botania. Da sagt er aber auch... No Flowers. Die haben nicht die... Nicht die richtigen Blumen. Aber die brauchen eigentlich schon eine Blumen. Und zwar brauchen die Yellow Flower, Rose oder Buttercup oder Hydringe oder Purple Flower. Alles Mögliche. Hm. Guck mal, ich hab jetzt hier ein Apiari hingestellt. Ganz romantisch. Aber wie das jetzt mit den Flowers ist, weiß ich halt auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wie hier so viele mystic Flowers sind, aber keine normalen Flowers. Hast du Bone Meal oder so? Weil wenn du Bone Meal hast, können wir einfach selber uns ganz viele Pflanzen nehmen. Muss ich mal gucken, ob ich Knochen unten drin habe. Aber ich glaube eigentlich nicht. Sind das die Rosen? Nee, es ist Poppy. Das sind auch die falschen. Hä, ich hab jetzt eine Midoqueen hier reingepackt. Und da sagt er mir, da kann ich in diesem Biom halt arbeiten sozusagen. Und da braucht man halt Kakteen. Hostel Environment. Nein, nein. Das Kakteen ist nur Symbol für Hostel. Das heißt nicht, dass du da irgendwelche... Ähm... Hä, aber heißt das Kakteen würden funktionieren? Nein, nein. Das ist nur das Symbol. Egal für welches Environment. Ihr könnt auch Schnee brauchen. Ach so. Das ist einfach nur Symbol für Scheiße. Das Symbol für... Du Dummkopf machst alles falsch. Dafür ist es das Symbol. Aber das... Weil wir... Und das Biom können wir einfach nur ändern, indem wir eigentlich halt Blumen daneben packen. Ja. Oder indem wir... Vielleicht müssen wir sogar ein anderes Biom geben bei manchen. Das kann auch sein. Dass wir echt so einen Außenposten machen müssen, wo wir Sachen reinmachen. Also ich habe keinerlei Blumen in meinem Ding drin. Habe ich hier noch Bones vielleicht? Aber woher weiß ich jetzt die Medoqueen, was für ein Biom die braucht? Ach, das geht ja eh nicht. Weil... Äh... Das müssen wir... Muss man halt irgendwie rausfinden. Eigentlich da, wo die herkommen. Und die kommen ja eigentlich... Ja. Also Medoqueens kommen ja eigentlich aus ähm... So auch so Flachländern oder nicht? Ich habe nur die Mühe gekriegt. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ese, du... Wir müssen für die nächste Folge... Müssen wir uns beide informieren. Hast du verstanden? Ja, aber wir haben uns ja informiert, aber es klappt ja trotzdem nicht. Ja, wir müssen uns besser informieren. Oh, Mann. Das ist das Problem. Oh, Mann. Bones habe ich auch Bone Meal hier. So. Ich sag dir. Eigentlich müsste die Folge schon längst beendet sein. Aber ich halte das nicht aus. Ich muss hier unbedingt nochmal... Ich habe jetzt hier ein Bone Meal. Und ich werde das Bone Meal... Ich glaube, auch im Analyzer steht dann vielleicht drin, was wir... Ja, wahrscheinlich sollten wir uns echt mehr um den Analyzer kümmern. Ja, aber den haben wir ja schon. Das einzige Problem bei dem ist, dass wir nicht wissen, wie der Honig weitergeht. So, warte. Hier sind Blumen gespawnt. Das sind aber nur diese Poppys immer. Und die Poppys sind ja nicht Rosen. Das ist ja was anderes, oder? Du bist ein Poppy, Mann. Selber. Ich pflanze jetzt hier so viele Blumen. Und trotzdem kommen nur diese Poppys raus. Aber wenn man... Es ist zum Mäuse melken, Dena. Es ist zum Mäuse melken. Ja, wenn man... Aber ich dachte, ist das nicht ein Unterschied zwischen diesen einzustehenden Blumen und diesen Poppys oder so? Das ist doch nicht das. Ich bin auch kein Floristik-Experte, Dena. Ich weiß es doch auch nicht. Aber warum? Ich brauche dich doch, damit du sowas weißt. Weil ich bekomme die ganze Zeit diese komischen Blumen, aber halt nicht... Keine Rosen. Aber es gibt doch wohl Rosen. Ich gucke mal im Inventar nach. Rose. Ja, Rosen gibt es von Biomes Oplenty. Aber... Und es gibt auch Rosen von Botania. Aber es gibt... Gibt es doch normale Rosen. Es gibt Rosenbüsche. Wir können von mir aus gerne einen Spruce-Baum daneben setzen oder so. Das sind wirklich diese Poppy-Dinger. Die sind auf jeden Fall vom Original-Minecraft. Ich setze es jetzt einfach nochmal da hin. Ansonsten, Leute, schreibt uns bitte rein in die Kommentare, was wir brauchen. Das kann ja nicht wahr sein, dass es hier nicht vorangeht. Ist gar nicht so locker, ist sie, wie man denkt. Ne, ne, ne. So, die Blume kommt hier hin. Da habt ihr Blumen. No Flowers, sagen die. Ich gebe denen gleich No Flowers. Bei Temperatur und Humidity ist alles normal. Hier ist alles gut. Das ist ja auch das, was sie brauchen. Aber die sagen, ist einfach das, das ist No Flowers. Scheißbiene, ey. Kack-Bienen. Ich kann auch hier noch eine Poppy hinsetzen. Aber das ist einfach nicht die Biene, nicht die Blume, die die Mädels da brauchen hier. Ich glaube, wir brauchen eine Bumse-Biene, ich sag's dir. Wir brauchen eine Geilo-Biene vielleicht auch. Oder eine Geilo-Biene. Das ist vielleicht einfach der Punkt, dass wir keine Geilo-Biene haben, an dem wir hier scheitern. Müssen wir Kev vielleicht nochmal fragen. Ich schau mal in Kev im E-System nach, ob der irgendwelche Blumen hat. Rose hat der. Ah, falsch geguckt, ich muss hier oben gucken. Rose. Er hat Rose Red. Das heißt, er hatte diese Blumen und hat die zu Farbstoff verarbeitet. Oh nein. Hat er diese Yellow Flowers? Hä? Hier ist was rausgekommen, ein Honeycomb. Also funktioniert die gerade, wie? Ja. Steht auch, ob die Blumen brauchen oder sowas? Nee. Hä? Es funktioniert gerade. Sind vielleicht auch ein bisschen Blumen auf einmal da? Ja, die reichen hier, die Poppys. Hä? Auf einmal sind die doch richtig. Ja. Und das Ding läuft auch runter hier. Okay, warte, weil er nur kurz gebraucht hat. Dann sind die Poppys wahrscheinlich diese Rosen. Okay. Komm, ich hab jetzt auch ganz viele da extra hingemacht. Ja. Stimmt, ja, jetzt steht das, der die Blumen hat. Jetzt funktioniert das. Jetzt dauert es nur ein bisschen und hoffentlich kommen dann nachher Commonbees bei raus. Dann stellen wir den anderen hier auch noch hin, okay? Hm, ja. Auch wenn ich hier so einen schönen Weg dahin gebaut habe. So. Soll ich ihn einfach daneben stellen? Ja, einfach daneben. Einfach, dass es während wir weg sind, dass es funktioniert schon ein bisschen, okay? Ganz unromantisch. Ja, ja. Mein Schall. Und da auch noch eine Queen einfach rein. Ja, ja. Ich hab grad keine Queen. Dann können wir noch eine Queen machen. Ich hab eine Forest Queen. Die können wir ja auch... Macht das Sinn, eine Forest Queen? Ja, die wird neue Forest Nachkommen machen. Ja, lass die einfach mal da drin, okay? Wir gucken einfach mal, was passiert. Eine Mido Queen und eine Forest Queen. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Da wird wahrscheinlich jetzt gleich auch noch... Das ist relativ lange. Deswegen brauchen wir unbedingt noch ganz viele mehr von diesen Apiaris demnächst. Okay? Wir müssen richtig viele von denen machen. Ja. Die sind ja nicht so aufwendig, oder? Nee, das geht. Dafür brauchen wir eigentlich nur ein bisschen mehr Seeds noch. Aber Seeds zum Beispiel haben wir eigentlich auch im Squeezer. Im Squeezer nicht. Ah ja, stimmt. Das kriegen wir hin. Ja, wir haben noch ein bisschen Seed Oil. Wir können auch ganz... Eigentlich recht viele können wir noch machen. Bisschen wir noch Holz dafür haben. Okay, okay. Okay. Leute, das war's für die heutige Folge von Minecraft. Mark. So ganz langsam fangen wir an, hier zu breeden und so. Wir kriegen Besuch. Dürfen uns nicht aufhalten. Wir müssen weg. Ja, die Boy, weg mit dir. Du gehst an unsere Bienen ran. Ja, lass unsere Bienen in Ruhe. Lass unsere Bienen in Ruhe. Oh nein. Lass unsere Bienen in Ruhe. Oh, oh. Wir müssen das verteidigen. Unsere Bienen. Unsere Bienen beschützen. Unsere Bienen. Okay, Leute, wir müssen an der Stelle mal aufhören hier. Nicht, dass wir wieder zu heftig überziehen. Wir haben schon zu krass überzogen die letzte Folge. Lass unsere Bienen in Ruhe. Weg mit dir, early Arsch. Ey, early Arsch. Boah, der ist gleich tot. Ey, das ist ein bisschen zu fies gewesen. Ah, ah. Vielen Dank für's Zuschauen, meinem Jörg. Boah, der Fall schlägt neben mir ein. Und währenddessen logge ich mich aus. Das war's der heutige Folge von Minecraft Mark. Die Bienenzüchter sind noch auf dem Weg. Ihr merkt es. Aber wir bemühen uns. Ich hab wirklich heute vor der Aufnahme, hab ich mir fast zwei Stunden lang Bienentutorials reingezogen. Aber wir packen das. Wir sind ja vorangekommen ein bisschen, ne? Ja, ich würde aber jetzt so gerne noch sehen, dass hier eine vernünftige Biene rauskommt. Aber da passiert nichts. Nur nur ganz seit Honeycombs. Wenn wir Pech haben, kommt vielleicht auch keine coole Biene raus. Doch, doch, doch. Meinst du immer? Ja, ja. Irgendwas kommt da raus. Ich weiß das nicht. Maybe. Liebes Kind ist ein Geschenk Gottes. Ja, stimmt. Fällt mir auch gerade ein wieder ein. Auch du, Izzy. Oh, danke. Bitte Easeltaker, bitte. Vielen Dank für's Zuschauen, mein Jörg. Ich drücke den Namen rum, wenn ihr seid gefeiert hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.